Ich habe noch nie eine Ankündigung gehört, die so vage und so konkret zugleich war. Investoren hatten bei Auftritten von Nintendo-Chef Satoru Iwata selten Grund zum Feiern. Und beim letzten Event vor ein paar Tagen? Was könnte bloß der Grund für so viel Euphorie sein? Na zum einen, dass Nintendos Pläger für Smartphone-Games langsam Form annehmen. Noch bis zum Ende des Jahres soll eines von fünf geplanten Spielen erscheinen. Das letzte bis im März 2017. Oh, und Nintendo hat zum ersten Mal seit 2011 einen Jahresprofit gemacht. Angeblich ist das wichtig für eine Firma. Welche fünf Spiele wünscht ihr euch von Nintendo? Nennt uns ein Beispiel in den Kommentaren, liked das Video, teilt es mit euren Freunden, klickt den Abo-Button, wenn ihr es schon da unten herumtreibt und macht den Mund zu beim Kauen. Tschöö. Tschöö. Bis zum nächsten Mal.